Hey Leute, herzlich willkommen zurück in die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, herzlich willkommen zurück in Alphand. Diesmal wird das Inventar nicht mehr ausgeleert, denn es ist bereits entleert und frei für neue Dinge, die hier kommen mögen. Das heißt, wir können fleißig sammeln und sammeln und sammeln. Ja, beim letzten Mal war ja wieder, ja. Ich hab's mit Absicht den letzten Baden-Wisser-Götzer gemacht, ihr habt ja gesehen, ne. Das lohnt sich einfach dann nicht, dann vielleicht noch für 10 oder 20 Minuten dann zusätzlich nochmal reinzukachen. Kein Mensch findet sich da mehr zurecht, deswegen hab ich mich dafür entschieden gehabt. So, Punkt, aus der Ende. Ich war im letzten Bad vielleicht gleich direkt sagen sollen, dass wir YouTube ist. Gut, aber wir gehen tatsächlich jetzt hier weiter. Guck mal, wo wir eigentlich hin müssen. Serana, jetzt hast du mich kurz erschreckt. Und ich find's immer noch diese... Ich weiß gar nicht, sind das jetzt Pilze? Sind das Pilze, die sich da bewegen in der Luft? Bewegen sie sich wegen der Luft? Ich hab's, äh, ich hab absolut keine Ahnung. Aber ich find diese hier faszinierend. Ich find's einfach nur faszinierend. Jo, wo mich mein lang, beziehungsweise wo lohnt es sich lang zu gehen? Ich weiß, wir brauchen, wir brauchen Neon-Words. Da hinten ist übrigens etwas. Also wir brauchen nicht Neon-Words selber. Also nicht irgendeine Neon-Words, um es mal genau auszudrücken. Wir brauchen tatsächlich diesen purkronen Neon-Words. Diesen hier. Für unsere Quest, die wir haben... So, das nehmen wir auch direkt mit. Da brauchen wir übrigens auch 25 von. Ich glaube tatsächlich, wir können das, äh, während wir die andere Aufgabe erledigen, so ein bisschen mit angehen. Und gegebenenfalls... Ja, vor allem nicht wer, sondern wo? Serana? Wo bist du denn schon wieder? Ähm. Ei. Da hinten? Naja, wir treffen auf jeden Fall. So, da ist der Nächste. Soll mal so ein bisschen die Flugbahn beachten. So, der ist auch erledigt. Und, ja, uns geht gerade das Licht wieder aus. Hm. Ja, wo kommen wir denn am besten denn runter? Hier lang? Da, wo Serana auch gerade lang spaziert? Ja. Denn das ist so das nächste Gebäude. Ich glaube... Ja, da ist ein Gegner. Ich sehe es gerade. Deswegen habe ich eigentlich auch oben auch... ...des Dingens aus. Ähm. Kompass und Co. aus. Weil das ist... Ich meine, es ist zwar schön, dass es angezeigt wird, aber... Ganz ernsthaft, Leute. Wer sieht, ist was anderes, ne? So. Chaudos Schnitter. Den haben wir erledigt. Und eine Seele. Haben wir eine Seele gefangen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. Da drüben geht es irgendwie rein. Da ist ein Mechanismus. Irgendein riesengroßer. Könnte es sein. Ja, dem Steinweg soll mal folgen. Ich glaube da auch tatsächlich, der Steinweg markiert mehr oder weniger uns den wichtigen Weg. Also, ähm... So eine Art Weg... So eine Art Hauptweg. So eine Hauptstraße. Könnt ihr euch so vorstellen wie eine Hauptstraße? Also, ich verstehe das so. Das ist wie so eine Art Hauptstraße. Man kann tatsächlich dann da reingehen. Äh... Mit dem der Hauptstraße folgen. Und dann wichtige Orte zu entdecken. So, ähm... So eine Truhe an der Wand. Interessante Konstruktion. Definitiv. Gold Dietrich nehmen wir mit. Amulett von Zenita. Ja. Rüstung 0. Gewicht 1. Wert 511. Um 10% bessere Preise. Also für die, äh... Handelnden unter uns. Für die Abenteurer, die ihre Sachen auch verkaufen wollen. Wie ich natürlich auch irgendwann. Oder wir irgendwann. Ist das optimal. Wir nehmen diese Sachen hier mit. Ähm... WG 25. Das ist okay. Saubertrank der Heilung. Können wir auch einstecken. Erstmal vorerst. Wir haben wieder ein bisschen was frei. Ich hatte es ja zu Anfangs gesagt gehabt. Also von daher ist das okay. Während da hinten irgendwo ein Popo-Nanieren-Wortz ist. Ich hoffe es zumindest mal. Oder ich denke es zumindest. Während dort oben wahrscheinlich ein Eingang ist in dieses Gebäude. Wovon ich noch keine Ahnung habe, was das überhaupt für ein Gebäude genau ist. Und tatsächlich könnte man eventuell da durchgehen. So. Einmal hier. Sagt Popo-Nanieren-Wortz. So. Sechs Stück von 30. Jetzt müssen wir uns hier mal kurz einen Weg suchen irgendwie. Ähm... Da hinten ist auch Popo-Nanieren-Wortz. So. Okay. So. Zack. Da ist nix. Oje, oje. Ich glaube tatsächlich auch, das Gebiet hier, das dürfte echt riesig sein. Woher seid ihr gekommen? Ah ja. Okay. Alles klärchen. Und diesen Blutdingern da ist quasi... Das sind diese Chorus-Jäger drin. Das wissen wir ja schon. Und... Ja, so geht man natürlich mit fiesen, kleinen Umgeziefern um. Ja, man kann sie direkt rausholen, indem man draufschlägt. Okay. Alles klar. Das habe ich noch nicht gewusst. Ich meine... Kann auch sein, dass ich einfach noch vergessen habe, dass wir das tatsächlich schon mal gesehen haben. Aber... Von meinem Standpunkt aus gesehen... Ist es wohl. So. Okay. Da ist natürlich auch... Ah ja. Alles klar. Da führt... Oh. Tatsächlich die Steinstraße lang. Dieser Ste... Dein Fall. Was ist das denn hier? Sollen das Wortsinn darstellen? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich wollte jetzt allerdings... Was? Irgendwie kann es sein, dass ich gerade ein bisschen mich so halb verlaufen habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Moment. Moment. Wir rufen mal eben... Zack. Die lokale Karte auf. Ich sehe es schon kommen. Ich verlaufe mich hier unten so gnadenlos ohne Karte, ohne Kompass. So. Hier waren... Ah ja. Alles klar. Vor allem ein Schattenschleicher. Den hat Serana erledigt. So. Kleiner Seenstein-Stahlpolz. Nehmen wir alles mit. Und hier irgendwo muss doch wahrscheinlich der andere sein, oder? Ja. Genau. Dann sind wir schon auf diesem einen Gebäude. Farmer-Schwert. Das lohnt sich nicht. Das schon eher. Das sowieso. So. Schauen wir mal einen an. Eine Truhe. Elfenkriegsachs der Letakie. Okay. Verursacht 25 Punkte Ausdauerschaden. Ist es nicht verkehrt. Aber bei Letakie hätte ich jetzt gedacht, da gibt es ein bisschen mehr Ausdauerschaden für den Gegner, der davon getroffen wird. Aber gut. An solchen Details halten wir zwar nicht auf. Stahlbandhandschuhe des starken, festen Griffes. Die kennen wir auch schon. Beitändige Angriffe verursachen um 25 Prozent höheren Schaden. Ist natürlich nicht verkehrt für die... Für diejenigen Leute, die tatsächlich eine beitändige Waffe führen. Ich denke mal, ist auch logisch, ne? So, hier drüben. Du hast hier, glaube ich, gar nichts weiter. Nein, hat es doch definitiv nicht. Ach, die Musik. Jetzt habe ich gedacht, da war ja irgendwas in der Nähe. Aber faszinierend. Diese Dunkelheit hier. Dieses Gebäude. Ich glaube auch tatsächlich, das ist das, was wir von unten gesehen haben. Als wir dem einen Pop und den Nierworts nachgejagt sind. Und ich glaube auch, wir können tatsächlich da weitergehen. in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung. Sagen wir denn hier nichts weiter. Oh Gott, das ist alles so seltsam hier, Leute. Das ist alles so seltsam. Und vor allen Dingen, ich würde so liebend gerne alles, einfach nur alles entdecken. So, da ist ein Fall mal, als Glärchen. Da geht es dann auch rein. Zack. Jawohl. Und noch einmal. Zack. Gib mir deine Seele. Hammer. So. Wo Serana ist, habe ich keine Ahnung. Irgendwo, wahrscheinlich, hängt sie irgendwo fest. Ja, 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 ja. Ah ja, alles klar. Hier bin ich. Da ist sie ja. Doch eigentlich, ja, ich habe jetzt nicht mit Absicht auf sie gewartet. Aber, da ist sie nochmal. So. Ähm, das nehmen wir mit. Das auch. Das und das. Zack. Und ich schraube den an. Ah ja, alles klar. Okay. So, diese kleine Kuppel hier, die hatte ich gesehen. Deswegen, da wollte ich einfach mal hinschauen. Und tatsächlich, glaube ich, ähm, sind wir dem Ziel nicht mehr gerade weit weg. Oder? Also, oder? Scheiße, nicht? Ah ja, da unten. Puppe an den Nierenworts. Dieses Geräusch ist dann doch recht hilfreich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ohne dieses Geräusch und dieses Leuchten dieser Nierenworts würde ich mich einfach nur... Ja, ich würde einfach nur gnadenlos vorbeilaufen, glaube ich. So, einmal da. Hier ist nix weiter. Aber schaut mal dort, könnte das? Hm. Auf jeden Fall ziemlich rot leuchtend. Rot-orange. Ich weiß nicht, ob das irgendwas auszusagen hat. Vielleicht von wegen, ja, hier ist etwas Wichtiges. Oder so, hat keine Ahnung. Oder, aber... Ich meine, das Ganze wird ja nicht leuchten, wenn es kein Licht gäbe. Vielleicht ist genau diese Kugel dort von den Twimmern einst hier als... ...mähder oder weniger Sonnenersatz... ...ähm... ...dorthin gebastelt worden. Ja, also hingebaut worden. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Das werden wir uns auch mal genauer angucken. Ähm, das definitiv. Jetzt gehen wir aber erstmal hier lang. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Kann nicht sein, dass wir da irgendwo... ...wieder was betätigen könnten. So, hier auch so eine Säule, wie wir da drüben sehen. Gott, ich sag's ja, ich verlaufe mich hier gnadenlos, ne? Definitiv verlaufe ich mich hier gnadenlos. Na gut. Ab mal nach unten. Ist auch halb so wild. Dann gehen wir wenigstens jetzt direkt hier lang. Beziehungsweise, ja, hier. Das haben wir uns ja angeschaut, ne? Na gut, vielleicht sind's auch noch die Maschinen hier. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann, oh. So. Ist... Ja, ist halt so. Wichtig, aber wir gehen erstmal in diese Richtung jetzt. Dort führen Treppen nach oben. Das ist Wasser. Okay, alles klar, das ist Wasser. Auf der anderen Seite hat man noch Nebel. Also, in diese Richtung, irgendwo da hinten war das. Hier ist Wasser definitiv mit dabei. Okay. Mal rein hier, in die gute Stube. Die Twemer Ruinen, äh, mehr oder wenig... Da, warte. Ja, da ist was. Bist du Mensch oder Pharma? Mensch oder Pharma? Mensch oder Pharma? Du bist... Du bist ein Pharma-Diener. Was geht denn mit dem hier? Warum dienen die den Pharma? Die Pharma sind doch definitiv das Völkchen. Die hier... Gegen alles und jeden Vor... Naja, die aggressiv sind. Auf jeden Fall. Ja, ja. So, ich will jetzt mal ein Stück zurück. Ey. So. Da können wir uns mal kurz zwischenseitlich nähren. Immerhin könnte das auch, ähm, unserer Haus so ein wenig, äh, zuträglich sein. So. Gold. Schäbige Robe nehmen wir nicht mit. Die auch nicht. Hallo. Naja, jetzt sind wir nach da oben. Ja, natürlich. Geht aber auf die andere Seite. Wie kommt man denn da hoch? Hier. Alles klar. Würde ich sage, als gleich ein Seraner kümmert sich schon sehr, 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 sehr gut hier. So. Pharma-Pfeil ist Gold und Heast-Garpfen. Ja, die können wir auch noch mitnehmen. So, Pharma-Ohr. Auch hier wieder quasi das Gleiche. So. Schlachter für Schrei. Ja, von mir aus. Ausnahmsweise mal. Es ist schon ein wenig seltsam, was hier ein bisschen vor sich geht, wenn ich ehrlich bin. Pharma-Diener. Was ist... Habe ich irgendwas verpasst, dass die Pharma seit Neuestem tatsächlich hier ihre eigenen Diener quasi sich ranzüchten? Also, ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir mal wieder Licht, dass ihr vielleicht mehr seht, als das, was aktuell der Fall war. So, und dann... Ja, zack. Ach ja, und wenn ich es gerade sehe, sollte es zu zwischenzeitlichen Rucklern kommen. Sorry, ich habe gerade, keine Ahnung warum, aber ordentlich Frame-Einbruch. So, eine Halle. Was ist denn mit der Halle hier? Die Bait Hall. Ja, irgendeine Halle. Ist klar, ne? Erstmal alle wegschleidern. Einmal. Ja, musst du mal schon mal verbessern, das ist schon mal sehr, sehr schön. So. Der haut ab, oder? Wo? Warum? Na gut, okay. Kann das sein, dass das irgendwie so eine B... Für die Pharma, die so eine B-Talle ist? Ich meine, da, wo quasi bei Sekten ist das ja die Halle, da wo dann die Leute so eine Gehirnwäsche bekommen. Das kennt man ja mit, oder? Manchmal braucht man dazu nur einen Fernseher einzuschalten, dann hat man das Gleiche. Ja, aber auch mal Spaß beiseite. Ich weiß jetzt ernsthaft nicht so wirklich, was das hier alles dastehen soll. So, Serana, du hast auch wieder gute Arbeit geleistet, danke dir. Unter Umständen vielleicht hier ein kleiner Mechanismus, den wir irgendwie aktivieren müssen, beziehungsweise den wir erstmal finden müssen. Ein Pharma, er, ich glaube, dieser Pharma stand tatsächlich auf dem Podest. So, Mensch, vielleicht nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Zack. Das ist seltsam. Mein Tanz im Feuer... Ah ja, ist der Hahn angekommen, alles klar. Mein Tanz im Feuerband 6, erstmal das Skelett hier. Okay, alles klar, der hat natürlich sehr, sehr viel. Mein Tanz im Feuerband 6, ich weiß nicht. Ja, Redekunst verbessert auf 66, das können wir also nicht. Und ein Stufenfortschritt, neue Stufe. Ja, perfekt, perfekt. Können wir uns gleich annehmen, das ist nicht das Thema. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, bitte selber lesen. So, das Büchlein hätten wir dann auch da mit. Das ist ein ziemlich langes Buch, ich weiß. Also, da kann man schon wieder ordentlich was rausfinden oder, ja, an... Ja, wie soll man sagen, ein bisschen mehr erfahren wie da hier über Skyrim. Man kennt es ja mittlerweile, man kennt es ja mittlerweile. So, wo sind wir reingekommen? Dort sind wir reingekommen? Ne, Quatsch. Dort sind wir reingekommen. Dort sind wir reingekommen. Dort ist auch noch ein Tor. Black Ridge, die Schwarzweide. Ja, da geht es aber wieder raus, in die Schwarzweide. Während der nette hier hinten eigentlich laufen sollte, glaube ich. Ähm, ja, Moment. Mach mal anders. Mr. Watt. Auch wenn es mir jetzt um ihn leid tut, im Endeffekt. Ich meine, es war unnötig, äh, ne, nicht zwangsweise unnötig. Der hat das, der, er war festgepackt. Und das ist, den Zustand möchte ich ihm nicht, also in dem Zustand wollte ich ihn jetzt nicht hier drinnen lassen. So, Serana, komm ich mit? Ähm, Serana? Was ist denn mit dir schon wieder? Warum... Braucht ihr etwas? Nee, aber kommst du mal mit? So. Joa, ja, ja. Über dieses Phänomen braucht man ja nicht großartig zu quatschen. Das kann man ja schon. Steinbank hinsetzen. Okay, ist noch eine Steinbank. Ich dachte, jetzt ist eine Schatztruhe. Ist natürlich nicht. Dann können wir hier weitergehen. Oder auch nicht. Hä? Geht sie überall raus? Ernsthaft? Ist das nur diese eine Halle hier? Oder... Ist da oben vielleicht irgendwas? Also... Dass man da vielleicht mal irgendwas finden kann, könnte... Hinten vielleicht gleich. Das mache ich schon mal was probieren. Okay, da passiert natürlich nichts. Ja, aber ich sehe da auch nichts. Ich habe keine Ahnung, ne? So, wir haben hier wieder Licht. Oh, ein wenig Licht für uns. So, da ist noch eine Tür. Black Ridge. Ja gut, dann nehmen wir halt die Tür hier oben. Ich würde mal sagen, dann sind wir zumindest mal weiter oben gelegen. Wo wir hier rauskommen. Immer noch dieser Mechanismus hier überall, ne? So, da ist hier einer. Na gut. Die Pumpenstation. Okay. Hört sich interessant an. Also hier dürfte... Mere oder weniger wie so eine Art... Ähm... Stelle, Kontrollstelle, wo man die Pumpen ein wenig... Ist hier doch gerade gespawnt. Ist ja auch mal interessant zu sehen. So, äh... Ne, jedenfalls eine Art Stelle, wo man... Von wo aus man wahrscheinlich die Pumpen kontrollieren könnte. Was mit dir? Du bist... Ja, ja, ja. Ja, ihr hättet niemals für die Farmer... Äh... Ja... Dienen... Ihr hättet niemals den Farmer dienen können sollen. Sollen. So. Das wäre, glaube ich, besser gewesen für euch. Dann hättet ihr auch diesen Tag überlebt. Aber das macht nichts. Oder eventuell überlebt. Sagen wir es mal so. Denn... Es ist Geirriff. Hier überlebt nicht jeder, der überleben möchte. Sondern... Ja, die starken Überleben halten fertig. Beziehungsweise die, die beschützt werden. Die, die genug Glück haben. Die leben. Okay. Ah, das... Schaut mal hier. Das ist ja auch ein Zahnrad. Dieses, äh... Ja... Schwarzweite. Was ist die Schwarzweite eigentlich? Nicht genau das. Diese Frage stellt sich mir gerade jetzt, wo wir einmal... Ah ja, wir haben aber noch nicht Fertigkeit. Aber trotzdem. Diese Frage stellt sich mir gerade jetzt, wo wir... Wo mir eigentlich gerade mal so richtig bewusst wird, dass wir ja über die Twemer-Ruine quasi hier nach unten gekommen sind. Also über diese Eisruine in Alftand hier nach unten gekommen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem wir jetzt schon so ein großes Stück zurückgelegt haben, dass sich das tatsächlich unter jede, und zwar absolut jede Twemer-Ruine, die es gibt, zieht. Also dieses Gebiet hier, ähm, könnte es sein, dass es mehr oder weniger so ein Untergrundgebiet, so eine Untergrundstadt vielleicht werden soll, oder Untergrundland für die Twemer. Ich meine, Twemer, Zwerge, ne? Wir leben in den Bergen, nicht auf den Bergen, sondern in den Bergen. Man kennt das ja so ein bisschen, ne? Also, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal eure... Wenn ihr es jetzt genau wisst, ja, es ist in Ordnung, könnt ihr auch was dazu schreiben, aber... So Theorien her würde ich auch gerne mal dazuhören von den verschiedenen Leuten, ne? Vor allem vielleicht, was ihr dachtet, als ihr das erste Mal dann so direkt an sowas gedacht habt quasi, oder als euch das das erste Mal richtig aufgefallen ist. So, ja, die stille Stadt... Was? Die Silent City Katakombs. Das sind die stillen Stadtkatakomben? Oder schweigenden Stadtkatakomben? Was ist das denn? Ach, sehr, Alter. Erschreckt mich nicht, weil du so schön vor mir stehst. Woher seid ihr gekommen? Zack. Genau, kein Sehenstein ist groß genug, also Sehensteine müssen wir auch mal wieder so langsam irgendwo welche... Also die entsprechende Größe da... Woher seid ihr gekommen? So. Zack. Matt. Das hätten wir natürlich geschafft. Zack. Moment, zack. Gold, schwaches Gift, kann man ausnahmsweise... Moment, den Eisendlash, den kann man auch mitnehmen. Und dann... 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 Ja, da hinten wahrscheinlich lang. Hm. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade absolut keine Ahnung, wo wir hier exakt hinlaufen. So, hier ist noch eine Tür. Also unter Umständen bedeutet das wirklich, dass... Oh. Oh, der ist von Serana, ja. Nee, nicht mich an... Ah, jetzt haben wir natürlich... Jetzt habe ich ihn wieder aufgeweckt, glaube ich, oder? Tschö. So. Kann man zumindest mal hier ihn schon mal abluten, so ein bisschen. Ja, das kann man einstecken. Unter Umständen laufe ich wieder komplett woanders hin, wo wir gar nicht hin sollten. Kann man sehen, was ihr könnt? Geht, dort geht es auch rein. Was heißt auch? Wir sind von hier hinten quasi reingekommen. Das sieht mir eher aus wie so ein Abwasserkanal. Wenn ich mal ehrlich bin. Die Frage, die sich mir auch stellt, ist... Wenn wir jetzt noch runterfallen, kommen wir dann da irgendwo... Schau mal hier. Okay. So. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht erstmal gucken, dass wir vielleicht da hinten reinkommen. Erstmal hier lang, Leute. Erstmal den obligatorischen Weg, den wir sowieso gehen. So. So, da scheint nix zu sein. Was ist mit euch hier? Warum... Lauft schon wieder so komisch, Serana. Sollen wir sie mal schubsen? Das wird nicht gut enden für euch. Ja, ja, ja. Serana, es wird aber trotzdem schön, wenn du mal mitkommst. Ja, irgendwann wird sie uns folgen, hoffe ich mal. Dort geht es zum Beispiel nämlich auch rein. Ah, schau mal, wir hätten auch da hinten. Alles klar. Ja, ja, ja. Mein Freund so, zack. Armer für dich und... Du. Ja, bitte verschlag den Farmer und zack. Ja, das war's mit ihm natürlich. Natürlich haben... Normaler Farmer haben, wie gesagt, gegen uns eigentlich in der Regel keine wirkliche Chance. Das Problem sind dann natürlich ihre anderen Karton. Ja, ich... Ich vergesse es immer wieder. Ich weiß, ich vergesse es immer wieder. Moment, da war noch einmal Kieft. Das nehme ich auch mit. Ähm, und dann... Zack, hier. Neue Stufe. Und was hat man gesagt? Ich hätte gern mehr Draklas. Deswegen muss ich auf Gesundheit gehen. Ne, auf Ausdauer muss ich gehen, so rum. Ja, Ausdauer. Ja, warte. Und ein Talentpunkt. Wo steckt man das denn rein? Wieder hätten die WDR-Stellung vielleicht. Könnte man machen. Da ich mich ja mittlerweile ja auch schon heile. So, Verzauberung, Schmiedekunst, kommen wir da nicht wirklich weiter. Schwere Rüstung. Da könnte man natürlich auch mal rein. Ähm, ja, Schmiedekunst, kommen wir da nicht weiter. Hallo? So. Halbiert Sturzschaden, das haben wir. Aber eine schwere Rüstung wiegt nichts und verlangsamt sich nicht, wenn sie getragen wird. Das wäre doch mal was. Da brauchen wir aber, er fordert 70, das haben wir. Komm, machen wir das. Zeig. Ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und dann schauen wir direkt mal hier rein. 415 dürfen wir jetzt tragen, statt 410. Ich weiß, ich weiß. Das ist natürlich... Ja. Gerade mal 5 mehr. Was war da? Also 5 Gewichtseinheiten mehr, die wir tragen könnten. Irgendwann summiert es sich und Serana, was ist mit dir, Frau? Warum bist du jetzt auf einmal da unten? Ja, jetzt kommst du an, ne? Naja, ich sag halt immer nix. Ähm, wir könnten mal hier lang schauen. Zumindest mal kurz hier reinschauen. Auch wenn ich schon fast befürchte, dass ich mir das sparen kann, hier lang zu gehen erst mal. Oder wir jetzt sonst so hochkommen werden und nicht da. Oder? Vielleicht. So, einmal da. Ah, na, schau mal an. Man kann hier tauchen. Ich muss da noch ein bisschen aufpassen jetzt. So. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Nochmal nach oben. Und jetzt hier. In die Richtung, genau. In die Richtung, da waren wir nämlich noch nicht. Hier ist eine Truhe. Alles klärchen. So, die Eisenpanzerinschule, die können wir eigentlich... Ähm... Hier lassen. So. So, den Rest nehmen wir natürlich mit. Und dann... Können wir hier aber auch schon wieder rausgehen. Allzu viel gab's hier drin. Tatsächlich nicht unbedingt. Ich hab's gesagt. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich nicht mehr ganz genau weiß, wo wir hergekommen sind. Gerade ist es soweit. So, aber dieses Bild da oben, das wird mir irgendwie... Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Nee, ist tatsächlich auch nicht wirklich ein Bild. Gut, sehr gerne. Wir gehen aber in die andere Richtung, ne? Da, wo wir quasi noch nicht waren. Ich glaube, so ist das auch gedacht irgendwo. Und dann sind wir nämlich hier irgendwo. Hm. Es sieht ein wenig seltsam aus. Beziehungsweise, was heißt seltsam? Es sieht nicht wirklich seltsam aus. Aber tatsächlich, glaube ich... Das ist der Gang, wo wir schon waren, ne? Also, den wir von oben gesehen haben. Tatsächlich. Das sieht doch nicht aus, als ob es noch irgendwas gibt. Aber wir haben das zumindest mal entdeckt, Leute. Soll sich ja keiner beschweren, dass wir hier nicht alles abgesucht hätten. Nun müssen wir dann sowieso da unten lang, also... Diesen Weg dort gehen. Was ist hier? Ich glaube, das ist eher so... Wenn man das aufmachen würde, würde dann alles überflutet sein hier? Müsste man denn hier durchtauchen? Hm. Okay. Natürlich. Ja, natürlich. Ich ziehe da rein. Achso. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Dass auf einmal die Falle nicht mehr ausgelöst wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mensch. Ist ein bisschen seltsam. Gut. Der Farmer hier, ich habe keine Ahnung, was mit ihm hier ist, warum er tot ist. Entweder wurde von Serana oder von der Falle hier gekillt. Ich würde mal tippen, wenn er hier liegt, auch wurde von der Falle erwischt. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass dann diese Farmer auch tatsächlich andere für sich... Joa. Wie soll man sagen? Als Sklaven vereinnahmen können? So, was ist hier? Weiß ich gar nicht. Ist das jetzt die Falle gewesen? Also, das ist jetzt da oben. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Also, wir haben den Hebel hier hinten betätigt. Vielleicht habe ich noch irgendwo Hebel übersehen. Das kann natürlich auch sein. So, hier eine Truhe. Beschlagene kaiserliche Rüstung. Die nehmen wir außersinnens mal mit. Nur ganz außersinnlich, natürlich. Ist gar keine Absicht, auch, dass ich die einstecke, ne? So, und dann hier hinten. Oh, können wir das abbauen? Das leuchtet so schön. Erstmal hier. Da müssen wir hinschwimmen. Okay. So, hier müssen wir nicht hinschwimmen. Das... Geodenader. Was ist denn Geoden? Was? Was? Ernsthaft? Seelenstein? Man kann hier unten Seelenstein abbauen. Wie geil ist das denn? So, ähm, ja. Diese Geodenader ist aufgebraucht. Aber wie geil ist das, bitteschön. So, Moment. Ich wollte hier nämlich... Zack. Wie geil ist das, bitteschön. Das sehe ich zum allerersten Mal. Und mir gefällt's. So, können wir das hier... Ja. Wahnsinn. Gibt's... Gibt's denn noch mehr Orte, ähm, wo man tatsächlich auch Seelenstein abbauen kann? Oder ist das definitiv nur hier unten der Fall? Ja, ich höre was. Ja, dort. So. Hohenbohnen Nierenwurz. Ja, haben wir 10 von 30. Also, fehlen noch ungefähr 20. Aber Leute, ich meine, das Ding ist so riesig. Wir haben hier so wahnsinnig viel zu entdecken. Und ganz ehrlich, ich möchte das alles in Ruhe machen. Nicht so schnell, schnell, schnell. Denn das wäre alles andere als richtig in meinen Augen. Deswegen werde ich an dieser Stelle einen Cut setzen. Seid's mir bitte nicht böse, deswegen. Äh, ich hoffe, euch hat's bis hierhin gefallen. Wenn es so ist, ihr wisst Bescheid. Einträumt nach oben. Wenn nicht, natürlich nicht. Ganz klar. Und ansonsten, wenn ihr auch wissen wollt, was hier unten sonst noch so ist. Oder wenn ihr eventuell auch nochmal sehen wollt, wie ich mich immer mehr verstricke, beziehungsweise ich mich immer mehr verlaufe. Ja, dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es weitergeht mit The Elder Scrolls V Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.